ja freundinnen und freundinnen bevor ich noch in die sommerpause gehe ein hinweis noch mir ist nämlich gestern aufgefallen wie ich bestellen wollte ja dass mein lieblingsburger um satte und schreibe 1 euro zu teuer geworden ist also wenn ich was das heißt dann für mich wenn ich jetzt einen cheeseburger um 9,90 euro bestellen will koste auf einmal 10,90 euro und ich finde es löblich dass man hier preise anhebt aber gleich um einen euro finde ich ein bisschen überzogen manche betreiber sogar erhöhen nur 20 30 cent oder verzichten sogar darauf aber ja was will man dagegen machen da kannst du nur so machen mehr geht auch nicht in diesem sinne noch eine schöne sommerzeit an euch alle tschüss und danke für die vielen abonnenten